Der hr2-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und Schwester Johanna Domek, Benediktinerinnen im Kloster von der ewigen Anbetung in Köln-Raderberg. Schwester Johanna, was ist das ewige Anbetung? Das ist, wenn Sie es biblisch wollen, ich sag's mal jetzt auf die Kürze, das immerwährende Gebet. Also Paulus schreibt davon im ältesten Brief des Neuen Testaments, dem Thessalonicher Brief, das immerwährende Gebet, also das heißt, Gott ist gegenwärtig, das ist Grundüberzeugung des betenden Menschen im Christentum. Die Mönche haben das von früher Zeit an als Gebetsübung gepflegt, das Leben in der Gegenwart Gottes. Und die Anbetung, wie wir die pflegen in unserem Kloster, in einer Form, die ursprünglich aus dem 17. Jahrhundert ist, die ist ein Ausdruck der möglichen Ausdrücke dafür, präsent zu sein in der Präsenz Gottes. Und konkret heißt das bei Ihnen, dass Sie eine Gebetspraxis haben, wo ständig eine Ihrer Schwestern auch außerhalb der Gebetszeiten dieses Gebet, diesen Gebetsfaden weiterknüpft? Ja, genau. Also wir sind eine Gemeinschaft, wo recht viel gearbeitet wird auch. Aber der Rhythmus des Ganzen ist das Gebet. Und das Wichtigste ist, dass bei allem Schaffen immer eine Schwester einfach in der Kirche, in der Gegenwart Gottes, mit leeren Händen und auch ohne, dass sie vielleicht manchmal überhaupt irgendwas zu sagen oder zu denken weiß, präsent ist. Sprechen wir jetzt, Schwester Johanna, über das Theaterprojekt Glaubenskämpfer, in dem Sie in Köln dabei gewesen sind. Der Chefdramaturg am Schauspiel Köln, Thomas Laue, hat Sie als christliche Besetzung für dieses Theaterstück Glaubenskämpfer gewonnen, in dem die drei großen monotheistischen Glaubensrichtungen im Dialog sind. Also insgesamt sind es fünf Personen, drei Muslime, ein Jude und sie. Es begegnen sich, und natürlich Schauspieler noch zusätzlich, es begegnen sich dort Menschen, die beheimatet sind in ihrer eigenen Religion, die an Gott glauben und die eben auch bereit dazu waren, darüber zu sprechen, eben auch auf der Bühne zu sprechen und andere teilhaben zu lassen. Aus diesen Gesprächen hat der Autor und Regisseur Nuran David Kalis ein Stück gemacht, das Schauspieler darbieten, zusammen eben mit den Protagonisten wie Schwester Johanna, die auf der Bühne mitwirken. Das ist so ein Miteinander aus geskripteten, also vorbereiteten Texten und Texten, die sich aber auch frei dann eben deklamieren. Sie gehen dann auch in den Dialog mit den anderen. Da geht es dann um so Fragen, wie ist das eigentlich bei euch mit Regeln in den anderen Religionen. Es sind Fragen, die Frage zum Beispiel, wie sieht deine Religion eigentlich den Menschen, wenn er auf die Welt kommt. Und jeder Einzelne, und sie haben vor allen Dingen vorne auch im Anfang dieses Stückes auch eine Gelegenheit, etwas zu erzählen über ihr eigenes religiöses Erwachen. Und das ist sehr beeindruckend und sehr berührend. Sie erzählen unter anderem, wie sie als kleines Mädchen mal die Waffe ihres Vaters, ein Luftgewehr nehmen und im kindlichen Spieltrieb dann einen Tier, eine Maus ist es, glaube ich. Einen Spatz anschießen. Einen Spatz anschießen, wie sie dann im Grunde überfordert mitleiden mit diesem Tier. Sie schildern eine andere Szene, die ich sehr berührend fand, wie sie mal das Kreuz an ihrer Wand entdecken sozusagen. Mögen Sie das mal schildern, was das eine Szene ist? Ich habe mich lange gefragt, ob ich diese Geschichte vor so vielen Menschen wie im Theater überhaupt erzähle, weil es eine ganz private und ganz wichtige Geschichte für mich ist. Aber ja, ich kann das machen. Die ist wirklich, glaube ich, was ganz Entscheidendes für mein Leben. Und da war ich ungefähr neun rum oder zehn, ja neun Jahre eher, lag abends schon im Bett und habe dann zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, das Kreuz, was da an der Wand hing und den, der da dran hing und der so schrecklich litt. Von dem wusste ich, dass der uns geliebt hatte und das auch durchgetragen hat, bis in den Tod, in diesen schrecklichen Tod und darüber hinaus. Und ja, ich wusste das aber an dem Abend, ich konnte das Leid, was ich sah, nicht ertragen. Das kann ich heute bei vielen Menschen verstehen, die das wahrnehmen. Ich konnte das Leid nicht ertragen. Und das war dann damals schon so als Kind, das ist auch heute noch so, wenn ich was nicht ertragen kann, dann muss ich was tun, sonst werde ich verrückt. Und dann bin ich aufgestanden, habe das Kreuz von der Wand geholt, zu mir unter die Decke und in die Arme genommen und habe dann zu dem, der da dran hing, gesagt, helfen kann ich dir nicht, aber warm halten kann ich dich. Ich wusste gleich, ich habe da was ganz Wichtiges gefunden. Meine Mutter kam und fragte, sah nur, dass das Kreuz da nicht hängt, fragte danach, nahm das, hing das wieder auf, hat sonst nichts gefragt. Da hat uns immer viel getrennt, aber sie hat auch nie diese Dinge irgendwie mies gemacht oder so. Ich wusste damals, dass ich was ganz Wichtiges gefunden hatte und das auch tatsächlich sagen und ausdrücken konnte. Erst viel später habe ich verstanden, was das heißt, dass man das sagen und ausdrücken kann. Und heute hängt das Kreuz übrigens, das Kreuz von meiner Großmutter ist das, ganz unansehnliches Kreuz, hängt heute in meiner Schreibstube an der Wand. Und Sie haben diese Geschichte als einen Teil dieses Theaterprojektes Glaubenskämpfer erzählt, bei 30 Aufführungen in drei Spielzeiten. Sie waren im großen Haus, also vor vielen Leuten, vor vielen Menschen, vor vielen Zuschauern. Sie waren damit bei den Autorentagen im Deutschen Theater Berlin. Im Thalia-Theater wurde das Stück aufgeführt. Das Stück hat natürlich noch viele weitere Dimensionen. Aber wie ist das für eine Schwester? Das ist mir jetzt wichtig. Die ihr Leben lang im Kloster lebt, auf eine Bühne zu gehen mit diesen sehr persönlichen, sehr intimen Dingen und die mitzuteilen. Das lässt sich gar nicht in zwei Worten sagen. Das war ganz viel hin und her und die Bühne war für mich die Riesenschranke. Fragen wir lieber, was hat mir geholfen, über diese Schranke hinauszugehen? Das ist ja die viel spannendere Frage. Das war das Gespräch der Religionen, in das man mich eingeladen hat. Das waren alles Leute hier aus Köln. Also es war nicht die Frage, kannst du eine Diskussion oder ein Podium mitmachen zum Thema, irgend so ein religiöses Thema, sondern kannst du dich auf eine Geschichte mit Andersgläubigen einlassen, könnt ihr miteinander reden? Ich habe vor meinem Eintritt vergleichende Religionswissenschaften angefangen und mich mit meinem Eintritt entschieden, von der Wissenschaft in die Praxis zu gehen. Und dann so ein Angebot, wirklich miteinander einen Weg zu gehen, das glaube ich, ist ein Riesengeschenk. Es gab ja diese Gespräche mit den Muslimen, mit den beteiligten Juden, im Vorfeld schon diesen Austausch aus dem heraus. Das Stück ist aus den Gesprächen erarbeitet worden. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich es dann mit Genehmigung meiner Schwestern, da sehen sie wieder die Räume, die dann doch gegeben werden, wenn es denn passt, zur Situation und zum Menschen, muss beides sein, dass ich diese Räume, dass ich gewagt habe, mich darauf einzulassen. Das war aber eine der ganz großen Herausforderungen für mich, denn es ist ja nicht leicht, wie sage ich das, woran ich glaube, in Worten, die auch für andere verständlich sind, die uns miteinander weiterbringen. Und es ist ja auch so, dass die anderen in dem, was Sie gesagt haben, mich mit weitergebracht haben. Natürlich gefällt mir auch, das ist so ein Grundgefühl für mich, Religion hat immer auch eine politische Dimension. Und darum auch das Wort Glaubenskämpfer, was dann über dem Stück steht, wo ja ein religiöses Wort in einen politischen Kontext hinein verheerend wirkt. Was eigentlich etwas ganz anderes ist, wie die monastische Tradition der alten Mönche, für die Glauben und Kämpfen, also sozusagen täglich Brot waren. Aber mich hat das eben dann dazu gebracht, dass ich mich noch mal viel gründlicher als vorher damit auseinandersetzen musste. Ich schreibe dann immer mal wieder ein Buch und in dem Fall habe ich dann auch wieder ein Buch geschrieben über Bibelarbeit, also Kämpfen in der Bibel. Das ist eine total spannende Sache. Aber wenn ich davon anfangen würde, würde es mehr als eine Sendung, Herr Hofmeister. Und darum lasse ich das jetzt. Aber Bibel und Mönchtum, das sind ja die Quellen, aus denen ich wirklich mein geistliches Leben schöpfe. Aber sie müssen sich ja sehr aussetzen. Also auf einer Bühne ist man ja unglaublich ausgesetzt. Und wann wird der Glaube sozusagen bühnentauglich? Also in welchem Modus, in welchem Format mussten Sie oder konnten Sie sprechen, um wirklich bei einem Publikum in einem Schauspiel anzukommen? Ich weiß nicht, ob ich das so beantworten kann. Ich kann nur sagen, wenn man sich begegnet, dann ist alles umsonst, was nicht ehrlich gesagt ist. Das gilt für jedes Begegnen und für jedes Miteinandersprechen. Und das haben wir erst mal miteinander versucht. Und dann haben wir das eben auch auf der Bühne versucht. Ich glaube, das ist uns gelungen. Nicht in dem Sinne, dass wir alle Fragen beantwortet hätten oder überhaupt alle Fragen gestellt haben. Aber dieses sich einlassen auf den anderen und wirklich zuhören und dann ehrlich darauf zu reagieren. Weil der andere ist doch meine Ehrlichkeit wert. Das ist eine Entscheidung. Was entdecken Sie bei den Gesprächspartnern, also mit den drei Muslimen, mit dem jüdischen Gesprächspartner, die auch in dem Glaubenskämpfer-Theaterprojekt mit dabei waren? Entdecken Sie Verwandtschaften? Entdecken Sie Fremdheit vor allen Dingen? Ich entdecke vor allem Verwandtschaften. Und ich habe da natürlich viel darüber nachgedacht. Wissen Sie, natürlich sind wir in unseren Religionen und in den Ausdrücken unseres Glaubens verschieden. Aber die 26 Schwestern bei uns im Kloster zwischen Ende 20 und Mitte 90, die sind ja auch sehr verschieden. Und mir ist so deutlich geworden wie noch nie, so nachhaltig deutlich wie noch nie im Leben. Nicht die Verschiedenheit trennt uns. Die Verschiedenheit bleibt. Also auch wenn wir alle die gleichen Psalmen beten. Es beten verschiedene Frauen. Es beten verschiedene Menschen. Die Verschiedenheit bleibt. Auch zwischen den Schwestern im Kloster, wenn man das am Habit auch nicht sieht. Aber die ist ja. Und die bleibt auch zwischen den Religionen. Die bleibt auch innerhalb einer Religion. Aber nicht die Verschiedenheit trennt uns. Sondern die Verschlossenheit trennt uns. Die Angst trennt uns. Das Misstrauen trennt uns. Also woran muss ich üben und arbeiten, dass es werden kann? Das ist an der Angst, an der Verschlossenheit, am Misstrauen zum Beispiel. Man könnte die Reihe noch fortsetzen, keine Frage. Okay.